Gemeinschaftsunternehmen sind zweifelsohne die Chamäleons unter den modernen Wirtschaftsverträgen. So vielschichtig wie die Motive, die zu ihrer Gründung führen, sind auch ihre Gestaltungsvarianten. Wie ein typisches Joint Venture rechtlich aufgebaut ist, welche Chancen und Risiken es mit sich bringen kann und was es mit einer Liebesbeziehung gemeinsam hat, das zeige ich Ihnen in diesem Video. Let's go beyond return! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Beyond Return. Mein Name ist Fabian Arhelger, ich bin Rechtsanwalt in Frankfurt am Main, spezialisiert auf Unternehmens- und Finanzierungsrecht und berichte hier auf Beyond Return regelmäßig über spannende Themen aus der Finanz- und Geschäftswelt. Wenn Sie also mit beiden Beinen im Wirtschaftsleben stehen, empfehle ich Ihnen, diesen Kanal zu abonnieren. Joint Venture – ein gemeinsames Wagnis Die Idee dahinter ist eine sehr alte. Bereits die mittelalterlichen Kaufleute gingen Geschäfte ein, die wir heute als Joint Venture bezeichnen würden. Prominenterweise natürlich während des Zeitalters der Renaissance und der europäischen Expansion. Doch auch bereits lange davor entwickelten sich in verschiedenen Kulturen rechtliche Instrumente zur unternehmerischen Zusammenarbeit und Risikoverteilung, sowohl in christlich als auch jüdisch und muslimisch geprägten Handelskreisen. In der modernen Weltverein Joint Ventures viele dieser über Jahrhunderte hinweg entwickelten Best Practices. Der Standardfall ist dabei heute wohl das sogenannte Equity Joint Venture, bei dem die Gemeinschaftsunternehmer eine spezielle, haftungsbeschränkte Gesellschaft errichten. Alternativ gibt es aber auch die Möglichkeit eines rein vertraglichen Joint Ventures ohne die Errichtung einer Außengesellschaft. Lassen Sie uns, um das Thema im ersten Schritt etwas greifbarer zu machen, zunächst einmal definieren, was ein Joint Venture eigentlich ist. Typischerweise arbeiten hier zwei oder mehr wirtschaftlich voneinander unabhängige Unternehmen zur Erreichung eines unternehmerischen Ziels zusammen, das sie ansonsten in Eigenregien nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erreichen könnten. Um eine solche Gemeinschaftsunternehmung zu starten, haben Sie nach deutschem Rechtsverständnis zwei Möglichkeiten. Sie können zunächst mit Ihrem Partner eine rein schuldvertragliche Vereinbarung ohne formale Gründung einer Handelsgesellschaft treffen, beispielsweise in Form einer Forschungs- und Entwicklungskooperation oder einer Vertriebskooperation. Das nennt man auch ein vertragliches Gemeinschaftsunternehmen, englisch Contractual Joint Venture. Alternativ können Sie auch gemeinsam mit Ihrem Partner eine neue Gesellschaft gründen, vorzugsweise in Form einer haftungsbeschränkten Gesellschaft, etwa einer GmbH oder GmbH und Co. KG. Beide Partner halten an dieser Gesellschaft dann einen ausverhandelten Anteil, etwa 50-50 bei einem gleichberechtigten Joint Venture oder 60-40, wenn eine Partei gefühlt mehr beizusteuern hat. Das nennt man deshalb auch ein gesellschaftsrechtliches Joint Venture oder englisch Equity Joint Venture, eben weil beide Parteien am Ende Equity am Gemeinschaftsunternehmen halten. Wenn man in der Praxis von einem Joint Venture spricht, ist normalerweise immer von einem Equity Joint Venture die Rede. Contractual Joint Ventures werden häufig nicht wirklich so genannt, sondern z.B. eher Vertriebspartnerschaft oder Entwicklungspartnerschaft. In diesem Video fokussiere ich mich deshalb auf das Equity Joint Venture. Den Grundaufbau einer typischen Equity Joint Venture Struktur sehen Sie hier im Bild. Das erste, was Ihnen auffallen sollte, ist die Aufsplittung der rechtlichen Beziehungen zwischen JV Partner 1 und JV Partner 2 in Joint Venture Agreement einerseits und Corporate Documents andererseits. Im Joint Venture Agreement regeln die Parteien ihre Beziehungen zueinander, also insbesondere, wer wie viel und welche Art von Kapital in das Joint Venture einbringt, wie die Willensbildung im Joint Venture erfolgen soll und wie Konflikte zwischen den Joint Venture Partnern zu lösen sind. Im JV Agreement wird auch festgelegt, in welcher Rechtsform das Joint Venture Unternehmen gegründet werden soll, üblicherweise in Form einer GmbH oder GmbH und Co.KG. Die Gründung der Gesellschaft ist nun logischerweise ein Schritt für sich, es bedarf eines Gesellschaftsvertrages, der Einrichtung eines Aufsichtsrats oder Beirats, der Bestellung von Geschäftsführern und Aufsichtsräten und Geschäftsordnungen für die gesellschaftsrechtlichen Joint Venture Gremien. Das alles ist hier in der Grafik mit Corporate Documents gemeint. Auf den ersten Blick scheint dieser Split der Vertragsbeziehungen auf Joint Venture Agreement und Corporate Documents das Ganze sehr komplex zu machen. In der Praxis wird die Strukturierung des Gemeinschaftsunternehmen so jedoch deutlich einfacher handhabbar. Wenn Sie diesem Kanal bereits länger folgen, wissen Sie sicher noch aus meiner Serie Venture Capital, dass bei VC-Finanzierungen ganz ähnlich verfahren wird. Auf der ersten Ebene haben Sie ein Investment Agreement und ein Shareholders Agreement, das die grundsätzliche Beziehung der Parteien zueinander regelt. Auf der zweiten Ebene nachgelagert sind dann ebenfalls die Corporate Documents, die den im Investment- und Shareholders Agreement vereinbarten Deal der Parteien schlussendlich umsetzen. Beide JV-Partner leisten im nächsten Schritt Einlagen in die gemeinsame Joint Venture Gesellschaft. Diese Beiträge können aus der Bereitstellung von Finanz- oder Sachkapital, Know-how, Personal- oder auch Dienstleistungen bestehen. Finanzkapital kann dabei beispielsweise in Form von Stammeinlagen, Gesellschafterdarlehen oder Zuzahlungen in die Kapitalrücklage erfolgen. Im Übrigen können selbstverständlich auch dritte Beiträge an das Joint Venture leisten. In Frage kommen insbesondere externe Finanzkapitalgeber wie Banken, Mezzanine-Geldgeber, Private Equity-Investoren oder Private Debt Funds. Daneben sieht man häufig auch externe Lizenzgeber von gewerblichen Schutzrechten, die etwa im Zuge eines Technologietransfers oder eines Lizenzvertrages Know-how bereitstellen. Wenn Sie mehr zum Thema Technologietransfer erfahren möchten, können Sie sich übrigens im Anschluss an diese Episode mein gleichnamiges Video ansehen. Je nach Geschäftsmodell des Joint Ventures kommen schließlich noch Beiträge von Seiten der öffentlichen Verwaltung in Frage, namentlich in Form von Subventionen, Erlaubnissen oder Konzessionen. Deshalb können Joint Ventures auch als Vehikel für sogenannte Public-Private Partnerships dienen, bei denen der Staat öffentliche Planungsvorhaben unter Beteiligung privatwirtschaftlicher Unternehmen realisiert. In diesem Fall würden jedoch selbstredend Staatsvertreter mit in den Aufsichtsgremien des Joint Ventures sitzen. Okay, sehen wir uns im nächsten Schritt einmal an, welche Chancen und Risiken Joint Ventures üblicherweise mit sich bringen. Auf der Chancenseite ist zunächst die offensichtlich erwünschte Ressourcenbündelung zu nennen. Während die Joint Venture Partner für sich genommen zu wenige finanzielle oder technische Mittel zur Umsetzung eines Projekts haben, können beides durch gemeinsame Sache realisieren. Neben Ressourcen teilen sich JV-Partner häufig jedoch auch noch etwas anderes, nämlich Reputation und Bonität. Bringt zumindest einer der Partner einen starken Hof im Markt bzw. eine starke Brand mit, wird sich das positiv auf die Bereitschaft externer Geldgeber und sonstiger Stakeholders zur Zusammenarbeit mit dem Joint Venture auswirken. Hat beispielsweise Partner 1 starkes Reputationskapital und der weniger etablierte Partner 2 dafür einen technischen Vorsprung, kann die Zusammenarbeit beider Unternehmen viel schlummerndes Marktpotenzial freisetzen. Eng mit den vorgenannten beiden Chancen ist auch der nächste Punkt verknüpft, Diversifizierung. Im Rahmen eines Joint Ventures kann unternehmerisches Risiko auf mehrere Schultern verteilt werden. Scheitert das Vorhaben, tragen die Partner die Verluste nach einem vorher vereinbarten Verteilungsschlüssel. Damit verwandt ist die Idee, dass ein Joint Venture gezielt zur Etablierung einer neuen gemeinsamen Brand genutzt werden kann. Der große Vorteil liegt insoweit darin, dass zwei etablierte Unternehmen die neue Marke zu etablieren versuchen können, ohne dass erstens bestehende Marken negativ darauf abstrahlen und zweitens bei Scheitern des Gemeinschaftsunternehmens bestehende Marken über Gebühr in Mitleidenschaft gezogen werden. Ferner werden mit Joint Ventures häufig die Erzielung von Skalen und Synergieeffekten sowie Cross-Selling bezweckt. Durch Bündelung von Forschung und Entwicklung, technischen Know-how, Einkauf, Vertrieb und Verwaltungsabteilungen kann die berühmte 1 plus 1 gleich 3 Formel realisiert werden. Idealerweise kann Partner 1 so auch Zugang zu Kunden von Partner 2 erhalten und andersherum. Und schließlich sind noch Expansion und Internationalisierung zu nennen. Joint Ventures können dazu dienen, einen geografischen Marktzugang zu erhalten. In manchen Jurisdiktionen ist die Beteiligung eines lokalen Partners sogar staatlich vorgeschrieben, um in der betreffenden Jurisdiktion als ausländisches Unternehmen überhaupt erst tätig werden zu dürfen. Diesen häufigen Motiven für die Eingehung eines Joint Ventures stehen jedoch einige Risiken entgegen, die möglichst frühzeitig in die Erwägungen einbezogen werden sollten. So ist zunächst das offensichtliche Organisationsrisiko zu nennen. Bei jedem Gemeinschaftsunternehmen prallen verschiedene Unternehmenskulturen aufeinander. Manager aller Partner müssen auf Ebene von Geschäftsführung und Beirat des Joint Ventures zusammenarbeiten können, also durch die gemeinsame Mission geeint sein. In der Natur eines Equity Joint Venture liegt im Übrigen, dass die Führungs- und Entscheidungsfindungsmechanismen sehr komplex sein können. Ich hatte eben schon erwähnt, dass die Regelungen der Zusammenarbeit sowohl im Joint Venture Agreement selbst als auch in den einzelnen gesellschaftsrechtlichen Dokumenten wie Satzung und Geschäftsordnungen finden. Je treffsicherer Sie vorab mögliche Konflikte bedenken und beispielsweise Mechanismen für Depart-Situationen vorsehen, desto besser. Dabei ist es sehr wichtig zu verstehen, dass es in der Natur eines jeden Joint Ventures liegt, dass mal der eine und mal der andere Partner übervorteilt sein kann. Ziel der Vertragsverhandlungen muss es deshalb immer sein, die Momente des Übervorteilens beider Parteien möglichst gleich zu halten. Schließlich ist in diesem Kontext auch zu bedenken, dass viele Joint Ventures erfahrungsgemäß daran zerbrechen, dass ein Partner das Interesse verliert oder mit eigenen Problemen zu kämpfen hat und der andere Partner dadurch das Gefühl hat, permanent mehr Arbeit in das Projekt zu investieren als die andere Seite. Es ist also wie mit einer klassischen Liebesbeziehung. Phasenweise hält sie Ungleichgewichte aus, doch wenn die Leistungsverteilung gänzlich auf eine Seite kippt, kommt es zum Streit und letztendlich zur Trennung. Eng verknüpft mit dem Organisationsrisiko ist zweitens das Verflechtungsrisiko. Aufgrund der komplexen vertraglichen Verflechtungen in einem Equity Joint Venture ist eine Trennung nicht so einfach zu vollziehen. Entstandene Strukturen müssen zunächst entflochten und Assets und IP verteilt werden. Wer bekommt was, wenn sie die gemeinsame Wohnung auflösen? Wieder drängen sich die Parallelen zu einer Liebesbeziehung geradezu auf. Aufgrund der engen organisatorischen Verflechtungen in einem Joint Venture sind ferner drittens kartellrechtliche Tatbestände stets im Blick zu behalten, namentlich in Form von Fusionskontrolle und Kartellverbot – die können nämlich ab bestimmten Größenordnungen problematisch sein. Ganz wichtig ist insoweit, bereits der Informationsaustausch bei Anbahnung der Joint-Venture-Beziehung kann kartellrechtlich relevant sein, weswegen Sie so früh wie möglich einen Rechtsanwalt zur kartellrechtlichen Prüfung einschalten sollten. Viertens bestehen Geheimhaltungs- und Abwerberisiken Durch die typischen personellen und organisatorischen Verflechtungen können Geschäftsgeheimnisse eines Joint-Venture-Partners dem jeweils anderen Teil bekannt werden. Scheitert das Gemeinschaftsunternehmen später, kann deshalb einer der Partner gegebenenfalls wirtschaftlich mehr herausziehen als der andere. Im Übrigen besteht die Gefahr, dass ein Partner wichtige Mitarbeiter und Know-how-Träger des anderen Teils nach einem Scheitern des Unternehmens abwirbt. Beide Risiken können Sie aber selbstverständlich mit vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen, Abwerbe- und Wettbewerbsverboten einfangen. Und schließlich ist fünftens das Reputationsrisiko zu nennen. Scheitert das Joint-Venture, kann das in einem vor den Augen der Presseöffentlichkeit ausgetragenen Rosenkrieg enden und die Kernmarken der ehemaligen Joint-Venture-Partner beschädigen. Nun, vor dem Hintergrund der aufgezeigten Chancen und Risiken von Joint-Ventures kann ich Ihnen zum Schluss aus anwaltlicher Sicht eine wichtige Empfehlung für die Anbahnung Ihres Joint-Ventures mit auf den Weg geben. Sie sollten im Anschluss an jedes Sondierungsgespräch mit Ihrem eigenen Verhandlungsteam die wechselseitigen Interessenlagen der Joint-Venture-Parteien identifizieren und gegenüberstellen. Welche Ziele verfolgen Sie und welche Ihr möglicher Partner? Anhand dessen kann im nächsten Schritt erstens eine Verhandlungstaktik entwickelt und zweitens eine Gewichtung von in-year Joint-Venture-Agreement einzuverhandelnden Klauseln vorgenommen werden. Ist das Hauptinteresse der Gegenseite etwa die Erschließung Ihres Kundenstamms für eigene Produkte, werden messerscharf formulierte Wettbewerbsverbote im Falle des Scheiterns des Joint-Ventures besonders große Bedeutung haben. Hat es Ihr möglicher Partner demgegenüber eher auf Ihr Know-How abgesehen, wird der Fokus stärker auf Geheimhaltung und Informationsflüssen in der Joint-Venture-Struktur liegen. Ist Ihr möglicher Partner die finanziell dominante Seite etwa in einem 60-40 Joint-Venture, muss der Minderheitenschutz gewahrt werden. Haben Sie die Interessenlagen identifiziert und eine Roadmap für Ihre Verhandlungstaktik aufgestellt, geht es in die tieferen Verhandlungen. Dort gilt, Process is King – Joint-Ventures erfordern Vertrauen und klare Kommunikation. Im ersten Schritt sollte immer ein Non-Disclosure-Agreement, kurz NDA, abgeschlossen werden. Wenn Sie dieses Thema näher interessiert, empfehle ich Ihnen im Anschluss mein gleichnamiges Video anzusehen, in dem ich ausführlich Aufbau und Funktion moderner Vertraulichkeitsvereinbarungen erläutere. Steigen Sie in Nachzeichnung des NDA in tiefere Gespräche und eine Due-Diligence-Prüfung ein, sollten Gesprächsergebnisse immer zeitnah formal fixiert und allen Verhandlungsführern im Anschluss an ein Meeting übersendet werden. Sind die Grunddeterminanten des Gemeinschaftsunternehmens besprochen, sollten Sie die in einer Absichtserklärung – English Letter of Intent oder auch Memorandum of Understanding und oder einem Termsheet festhalten. Auf Basis dieser Unterlagen verhandeln Sie dann schließlich das eigentliche Joint-Venture-Agreement. Sie sehen, Process is King – von Due-Diligence, Gesprächsnotizen über Absichtserklärung bis hin zum Hauptvertrag haben Sie schwarz auf weiß Fortschritte und Vereinbarungen dokumentiert. Von Ressourcenbündelung und Risikobegrenzung über Reputationssharing bis hin zu Skalierung und Cross-Selling – für die Eingehung von Joint-Ventures können also viele gute Gründe sprechen. Doch sollten Sie die typischen Risiken nie außer Acht lassen, allen voran das immanente Organisationsrisiko, daneben das Verflechtungsrisiko, Kartellrisiko, Geheimhaltungs- und Abwerberisiko und schließlich das Reputationsrisiko. Sie sollten sicherstellen, dass Sie jeden Schritt in der Anbahnung eines Gemeinschaftsunternehmens gut dokumentieren. Aus Gesprächsnotizen wird dann eine Absichtserklärung und aus einer Absichtserklärung schließlich das eigentliche Joint-Venture-Agreement. Sie müssen insbesondere die Motive der Gegenseite zur Eingehung des Joint-Ventures frühzeitig identifizieren und auf Basis dessen überlegen, welche Sicherungsmechanismen zu Ihren Gunsten in die Verträge eingebaut werden sollten. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf meine beiden Videos zu Technologietransfer und Geheimhaltungsvereinbarungen, die ich Ihnen als Vertiefung zum Thema wärmstens empfehlen kann. Für Rückfragen erreichen Sie mich jederzeit unter meiner Kanzlei-Anschrift, die Sie in der Beschreibung zu diesem Video finden. Für die Zwischenzeit wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und sage bis zum nächsten Mal hier bei Beyond Return. Und dann geht's uns jetzt auf Rh teeth. ос Chuyện ins un Mexiko-Venture-Anschrift. Bescheidung ist ein Aus Zi président Euro-Zicht. Bis zum nächsten Mal.